Ich bin eigentlich ein Mensch, der auf den Menschen zugeht. Mein Mann war das nicht. Mein Mann, bis er sich befreundet hat mit jemandem, musste ihn zuerst so betrachten oder studieren. Und erst nachher hat er gesagt, okay, den kann man sich als Freund nehmen. Er war nicht so ein Draufgänger wie ich. Ich bin oft Menschen, ich gehe immer zu. Oder wenn ich Schlange stehe, ich fange an, mit ihnen zu reden. Ich kann nicht stehen, ohne zu reden. Ich habe wunderbare Nachbarn. Ich wohne in einer Gegend, man kann sich nur träumen. Trotzdem wir ein orientalischer Kartoffelsalat sind, wie man auf Deutsch sagt. Aber wir können uns immer verlassen, einen auf den anderen. Zum Beispiel in Rumänien hat man gesagt, Salat oriental, beim Kartoffelsalat. Wissen Sie? Und das ist jetzt bei uns so geblieben, orientalischer Kartoffelsalat. Und darum sage ich orientalisch, weil in Oberreuth alle Nationen sind. Das ist ein internationaler Kartoffelsalat. Und das ist ein internationaler Kartoffelsalat. Jeder, jeder kommt von verschiedenen Nationen. Und wir haben verschiedene Kultuagen. Und es gibt manchmal unverständlich, aber es ist kein Problem. Und mit dem wir zusammen gelebt haben, wo wir wohnen, es gibt verschiedene Nationale. Deutsche, Leute von Arabisch oder Europisch, wir sind zusammen. Im Sommer, alle drei zusammen draus und wir reden immer zusammen. So ich glaube, es gibt keine Probleme, aber nur das manchmal gibt es unverständlich. Das ist ein bisschen laut, das andere ist ein bisschen so, aber wir sprechen auch zusammen. Und das ist eine Multiculturelle Stadt in Castro und die Leute sprechen zusammen und reden zusammen. Ich habe früher einen Kundenzug geschafft, ja, fast zehn Jahre. Und durch das habe ich auch viel, viel Leid gekannt. Am alten Oberreit, das andere war ja alles noch nicht. Wir kommen auch gut mit den Leuten, mit den Nachbarn zurecht. Also ich habe noch keine Schwierigkeiten gehabt mit meinen Nachbarn, ob ohne, aber noch nie. Ich nehme das Zusammenleben sehr positiv wahr. Ich selber kann das natürlich auch nur von mir und vielleicht meiner direkten Nachbarschaft sprechen, mit denen man vielleicht einfach auch mehr Kontakt hat. Da funktioniert das sehr gut. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass da sehr viel stigmatisiert wird oder dass da irgendwie ausgegrenzt wird. Dadurch, dass man natürlich auch enger zusammenlebt in den Städten, bleibt da glaube ich auch einfach nicht so viel Freiraum für Ausgrenzen. Allerdings gibt es natürlich immer die Leute, die lieber unter sich bleiben. Das hat man aber, glaube ich, in allen Kultur- und Lebensbereichen findet man die. Und da wird es auch ein bisschen schwerer, das zu durchbrechen, weil es einfach vieles auch schon eingewöhnt ist. Aber ich würde auch hier sagen, dass es nicht nur speziell in Oberreuzer ist, sondern vielleicht auch in vielen anderen Stadtteilen genauso zu finden. Es ist eine Nachbarschaft, die einfach enger zusammenhält wie eine andere. Oder ein Kulturkreis, der einfach viel besser miteinander klarkommt, wie vielleicht gemischt mit jemand anderem oder so. Ich glaube, das ist nicht davon abhängig, in welchem Stadtteil man lebt. Probleme im Zusammenleben gibt es auch. Es gibt auch Jugendliche, die sich jetzt nicht so richtig verhalten. Es gab auch mal in der Versammlung, da waren auch welche dabei, wo gesagt haben, die hätten zu wenig Treffpunkte oder Basketballplätze oder so. Aber eigentlich stimmt das nicht. Ich habe mal alle zusammengezählt, die es hier gibt. Es gibt schon viele. Es gibt mehr Nationalitäten im Zentrum jetzt als bei uns jetzt in der Waldlage. Es gibt tatsächlich bei uns mehr, ich sage es mal mehr Deutsche, tatsächlich in der Waldlage. Und es wird schon ein bisschen mehr kultureller, wenn man ins Zentrum geht oder hinten, Badenia-Platz. Da gibt es schon tatsächlich mehr Nationalitäten. In Oberreuth leben, das stellt man fest, wenn man in der Straßenbahn sitzt, welche Sprachen gesprochen werden. Das stellt man in den Einkaufsmöglichkeiten fest. Personen unterschiedlicher Nationalität. In Oberreuth ist zum Beispiel Russisch im Gegensatz zu anderen Stadtteilen ausgeprägt noch vorhanden. Auch bei mir im Haus wird teilweise Russisch gesprochen. Man hört auch teilweise Türkisch. Man hört auch relativ viel Englisch. Also Multikulti ist in Oberreuth vorhanden. Aber das Schöne, was ich jedenfalls nur beobachtet habe, ist, dass man friedlich zusammenlebt. Mir ist nie zu Ohren gekommen, dass es irgendwelche Spannungen zwischen oder Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen oder Ethnien gegeben hätte. Geschweige denn, dass ich selbst so irgendwas beobachtet hätte. Es scheint einfach eine tolerante Grundstimmung vorhanden zu sein, sodass die verschiedenen Volksgruppen spannungsfrei miteinander leben, ja. Ich habe nichts gegen Ausländer oder gegen andere Nationen. Und als wir viel haben, haben auch ausgeheißen, ihr Russen. Ihr Russen auf uns. Obwohl meine ganze Verwandtschaft, ich bin eine geborene Lorenz, meine Mama ist Heller und sie sind Deutsche. Da wurde nur Deutsch gesprochen in meiner Familie oder meinem Mann seine Familie. Wir haben nie Russisch gesprochen. Soweit ich das sehe, leben die Gruppen eher nebeneinander. Diese russische Community lebt, denke ich, noch in einer bestimmten abgeschlossenen Form weiter. Das wird sich natürlich ändern von Generation zu Generation. Die Kinder gehen ja dann schon in die Kita, in den Kindergarten, in die Schule, sind dann mit Deutsch von Kindesbeinen aufertraut. Und die ältere Generation wird natürlich verschwinden, aber das ist ein Änderungsprozess, der so ein paar Generationen dauert. Meine Kinder haben Freunde von verschiedenen Nationalitäten. Und für die spielt diese Nationalität nichts, weil die sind alle Oberreuter. Also keiner fragt, wo kommst du her. Also ich komme von Oberreuth. Ich gehöre zu Oberreuth. Die Jüngeren, es sind viele Nationalitäten, die zusammengehen. Nicht nur einzeln. Und das finde ich schön eigentlich. Und die Jugend, die Jugend, die haltet mehr zusammen als die Alten eigentlich, wissen Sie. Aber wir, die Alten sind vielleicht so erzogen. Aber Konflikte sind keine. Wenigstens ich kenne keine. Wir sind auch ein Pastor in Oberreuth. Wir haben eine Gemeinde dort, wo Leute jeden Sonntag um 12 Uhr, wir haben Gottesdienst in der Gemeinde. Und Leute kommen von Oberreuth, nicht nur in Karlsruhe, bis Heideberg, Brusa Breton. Wenn wir das Sonderprogramm haben, kommen Leute auch von Frankfurt. Und wir haben immer viele Sachen hier in Oberreuth. Und wir haben gedacht, viele Leute kommen nach Oberreuth. Also Bekannte habe ich mittlerweile, ja, gefunden, getroffen und gefunden. Es ist am Anfang, ja, am Anfang habe ich mir das schwerer vorgestellt. Und durch das natürlich tägliche Draußensamen mit dem Hund. Und man trifft so regelmäßig dieselben Leute. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass man sich auf die Bank setzt und dann neben einem Fremden sitzt und sich dann auch unterhält. Das macht das Ganze sehr, sehr schön und heimisch und auch idyllisch irgendwo. Und ja, ich habe schon den einen oder anderen Bekannte oder Bekannten. Die haben wir beide auch gefunden und sind auch sehr dankbar drum und freuen uns dann auch, wenn wir sagen, wir laufen mal kurz drei Minuten zu jemandem zum Abendessen oder zum Kaffee oder solche Dinge. Das macht es natürlich schon sehr angenehm. Und es fühlt sich auch mehr nach zu Hause an, wenn man dann einfach auch einen Bekanntenkreis hat, natürlich. Mit Nachbarn sind wir auch, verstehen uns sehr gut. Es ist nicht nur die Türken, nicht nur die Deutschen. Wir sind gemischt, alles zusammen. Jeden zweiten Tag oder wann, wenn ich halt Lust habe, gehe ich auf den Friedhof und tue die Gräber da versorgen. Und wenn ich rausgehe, da kennst du fast jeden fast. Erstens mit dem Friedhof ist man ja verbunden, da trifft man Leute und da tut man sich kennenlernen und da grüßt man sich. Ja, sonst habe ich da von meistens so Russlandsdeutsche, mit denen habe ich dann, kenne ich da viele. Aber so andere Nationen habe ich keinen großen Kontakt. Da ich nur innerhalb von Karlsruhe umgezogen bin, war ich nicht darauf angewiesen, neue Kontakte zu knüpfen. Es haben sich im Wesentlichen auf zwei Ebenen Kontakte ergeben. Also jetzt jenseits mal der Nachbarschaft im Haus. Man trifft sich und spricht ein bisschen kurz miteinander am Briefkasten in der Waschküche oder so. Zum einen hat sich neuer Kontakt eben durch die Partei ergeben, dass ich halt jetzt in dem entsprechenden Ortsverein in Oberreuth integriert bin. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist eben das Stadtteilprojekt, das die Stadt Karlsruhe oder Stadtentwicklungsprojekt, das die Stadt Karlsruhe hier betreibt. Ich mache noch immer so Verschiedenes, gehe noch zum Chor, singen, aber es ist ein russlandsdeutscher Chor. Sie singen viel russische Lieder und ich möchte viel Deutsche singen. Viele, man hört immer viel Russisch. Ich weiß nicht, warum die das so wollen, wollen die die Sprache nicht verlernen oder was. Aber ich kann gar nicht mehr so viel Russisch. Manchmal, wenn ich dann auch im Chor jetzt bin, die sagen zu mir, sagen sie schon immer, ja, ich bin die Deutsche. Dass da viel Russisch gesprochen wird, das ist schon ein bisschen so das, was mir nicht so gut gefällt. Ich würde mir aber für meine Tochter wünschen, so wie so ein Kinderturnen oder eine Tanzgruppe für so ganz Kleine. Das fände ich schon ganz toll für sie. Einfach auch, weil es einfach fußläufig wäre und man nicht erst ins Auto sitzen muss und 20 Minuten lang in einen anderen Stadtteil fahren muss, natürlich. Das wäre schon toll.